Einen wunderschönen guten Tag, Willkommen zu Arno 1800 Und wir spielen gerade die kleinen schönen Geier hier in der Nähe und sammeln, oh, oh, ja, das ist Schade, hier wurde keins von seinen Schiffen zerstört, aber alter der Einzel eines Konkurrenten wurde eingenommen, schon wieder, okay, ich würde gerne mein kleines Schiffchen wieder hier rüberbringen, ähm, es bringt wirklich was, rumzugeiern, ähm, und hier und da ein paar, ein paar Boote zu verfolgen, na, wie weit seid ihr denn, könnte ich noch was Oh, nö, das, da fehlt mir, alles mögliche, ähm, was fehlt mir, Dosenfutter, Bier vor allem, okay, gut, wir müssen uns an die Bierproduktion heransetzen, aber, uah, nein, komm, bewegende Schiffgeschwindigkeit 20%, 400% Selbstreparatur, los, alter, das ist, ich bin ein bisschen schneller, ja, du stirbst, das ist deine Bewegung, sterben, gut, das kleine Schiffchen sollte am besten sich von hier verpieseln, ähm, Quests, werden mir die Quests angezeigt? Nö, ich sehe kein einziges, Toleranz, Sympathie, Verständnis, oh, ich wollte gerade ein wenig durchlüften, ist mein Schiff gestorben? Ihr Unternehmen floriert, sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters, Friede seiner Seele, ähm, ist mein Schiff kripiert? Moment, Schiff vom Stapel gelaufen, Stern, dutdü, ein Schiff wurde zerstört, oh, nein, also doch, neue Ziele, das Kanonenboot, okay, ja, dann, runter mit dir, dich brauche ich, so du kommst dann hier in die nähe und bringst das alles rüber so schiffe bewegungsgeschwindigkeit 20 prozent okay du das möchte ich so machen und das alles rüber schmeißen okay ich warte bis ich dann na gut komm da rüber moment ach das schiff hier runter sammelt das ein und ich werde diese kleinen schluppen nie wieder herstellen brauche mehr von denen mir viel holz ich habe sehr viele kanonen eingesammelt kann ich das nicht schon mal quasi in aktion setzen dass ich 40 holz habe anscheinend nicht so ab ins diplomatiefenster schaffen wir das mit dir mit ihr habe ich eine leicht eingeschränkt und wahrscheinlich was habe ich mit dir hier leicht eingeschränkt leicht eingeschränkt erfolg unmöglich unmöglich 2000 so ein bisschen viel rühren ich habe keine neuen befehle respekt für seinen vorgesetzten die zierde des treuen soldaten okay gut ich habe 40 punkte hoch das ist aber immer noch sehr gefährlich nah am abgrund immer noch uhr wie immer habe ich vergessen straßen zu bauen wie immer so machen wir jetzt hier machen wir dann auch gleich eine straße daneben damit das mir nicht noch ein weiteres mal passiert na komm herauf um zu baggen ok ich warte immer noch bis ich aufgaben bekomme gerade hat keiner welche für mich nirgendwo was ist hier auch nichts so was ist mit dir ja der hat hier was schönes eingesammelt und ich könnte langsam wieder jagd auf piratenschiffe machen und schauen dass ich ja kriegt hat er einen vertrag mit dir oder was denn da los so dann müssen wir hier mit dem begleitschutz anfangen glaube ich ich bin kein schläger werde nicht zuschlagen ähm mehr häuser ok da reicht das holz nicht mehr aus äh haben sie ein bisschen bedürfnis nach fisch ja haben die aber kann ich noch nicht errichten weil ich kein holz mehr habe ok aber das dauert nicht lange dann ist das ganze zeug da ok da ist schon mal der begleitschutz am laufen sie hat keine einzige insel mehr er hat alle ihre inseln übernommen er hat alle ihre inseln übernommen schiff unter beschoss ja gut das wird nicht schwer den krieg ich schnell weggeschossen na los hinterher na schießen weg so ich muss ein bisschen ok genau oh wir machen schuss uh das war aber ein weiter kanonenschuss ok meine schiffe sind einiges schneller als die anderen na los greifen an ich muss noch ein bisschen drehen ja so wo ist denn das andere schiffchen hier da sehe ich eine quest betrachten sie es als das gesetz ist heute auf die gesetz retten sie drei schiffbrüchige da hinten in der ecke ist ok so hier nochmal und ich würde ganz gerne was für meine verteidigung tun mhm so setzen wir das dann so hin manchmal muss man einfach an anderen leuten eine lanze brechen so wo du kommst ja genau verfolgung ist aufgenommen geheilt ist das ding auch sie haben ein neues zwischen ich sehe ich hier was hier gibt es was ja dann nein das ist das ist was halsches also ok hier erbauen bitte auch mhm mhm was ist denn das hier was ist denn da los ok ich drücke nichts was ist das was hat das für ein epileptischer anfall alter der hat hier richtig was eingesahnt mhm das lager ist voll können wir das kurz hochsetzen natürlich so wie es in den leuten auch seife hätten die ganz gerne ja das sind doch eigentlich wo alkohol geht low ähm ich habe ja hier dieses kleine schiffchen so schnell mein kleines süßes ruderboot das wird dann hier erhöht alles und zwar auf 20 ne machen wir 22 draus annehmen und dann wird dann hier dann gleich 12 abgeladen und hier dann wird es 10 so das haben wir schon mal der kleine transporter ist uns schon mal sehr gut beschäftigt wieso ist das schiff hier hingeschwommen hat das irgendwie verfolgt anscheinend vermute ich äh hier ist nicht sonderlich viel los auf dieser insel äh ich bin immer noch in einem sehr niedrigen ähm wünschen mich könnt ihr mir sachen kaufen kann ich von dir was kaufen ich habe ja einen handelsvertrag mit dir schön zu sehen dass du noch beide kniescheiben hast aber dass es nichts was wichtig ist freundschaft wird überbewertet wow wirklich 37 wieder runter der könnte jederzeit ist immer noch unmöglich ja erhöht du bist durch und durch gut ja es ist einfach nochmal so natürlich bin ich durch und durch gut hier haben wir das ist ja die eine lieferung das ding läuft hier auf hochtouren kann ich noch ein hier stellen ja bitte zwei brauchen wir von denen das sind die die werden auch immer zu zweit nicht unterwegs sein bei mir und dann erhöhe ich auch immer mehr und mehr und mehr die anzahl ja machen wir hier noch ein häuschen gut überall noch ein häuschen hin platzieren hier ist keine feuerwehr das würde ich gerne beheben habe ich kein holz mehr oh das ist immer was so ja machen wir müssen uns müssen uns so platzieren gut okay was haben wir haben wir denn diese diese du hast etwas für mich nicht wahr ich vermisse es die dinge selbst zu erledigen wo ist andromeda wie ich weiß muss ich auch so nennen wir das ding die kraken also und die andromeda gammelt hier rum ganz hinten in der ecke kannst du mal da hoch schwimmen wir brauchen mehr kanonen und die kanonen können wir am besten wenn wir irgendwie halt den leuten hier abnehmen bier haben wir immer noch keins ja das liegt auch daran dass ich mich hier überhaupt nicht darum gekümmert habe ich habe auch keinen stahl weißt du was wir wo ist das niedrig wir kaufen mal stahl ein machen wir mal so 15 15 16 16 ok bei 16 stahlblöcken kirche ist gebaut das sind hier sind ziemlich viele leute ich könnte aber immer noch einige hochsetzen das würde mir wirklich helfen mit dem geld da ist es da tue ich erstmal nichts gut hier müssen auch noch mehr leute hier mhm so ok ja ja na setz das hin mhm ok ja der fisch auf gutem level der alkohol ist auf gutem level Ich habe vergessen Das hier Das hier habe ich total vergessen Ja, machen wir so Okay Schiff vom Stapel gelaufen Ja, natürlich So, bitte hier Auch ein paar einlagern Machen wir so Was haben wir an Items? Geschwindigkeit Und Schuss Zerstört ihr Schiff Ja, machen wir mal so Gut, runter mit dir Ist mein Schiff hin schon da angekommen? Ne, das Ding ist Wo ist denn? Da Geht es überhaupt voran? Ganz langsam Ziemlicher Gegenwind Merke ich Gut Dann sind Inseln immer noch Immer noch unbesetzt Ich belege die mir unter den Nagel zu reißen Irgendwann So Stall Haben wir hier immer noch nicht Wir können aber ein paar Häuser mehr bauen Von mir aus freigegeben Perfekt Veröffentlichen Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor Das ist sehr schön So Er übernimmt sie einfach Okay Habe ich denn genug Häuser? Ja Okay Hier dann Die Straßen sind wichtig Die Straßen sind wichtig Das wird ja Einer der nächsten großen Bereiche bei mir Ups Ich glaube ich hätte da eigentlich gar nicht hinbauen sollen Aber egal Ich glaube der Alkohol wird hier richtig droppen Was ist denn das? Man muss immer Ein kleiner Verkäufer ist das Okay So sind jetzt hier zwei Schiffe Ja Ja Das ist halt In Gruppen Die Schiffe die Flotte fahren zusammen Schneller Schiff Okay Einzelne In Gruppen Okay Krimisium ist vor allem zu anderen So Einzelne Die Schiffe die Flotte fahren jeweils in ihrer Option Okay Okay sehe ich hier Sind ziemlich viele Piratenschiffe Huch die sind riesig Das ist auch ein Piratenschiff oder? Ja Alter wie viele sind denn das hier? Eins zwei Drei Wow Hier wären Kanonen wichtig Naja gut Erstmal Erstmal das hier bauen So kann ich noch ein Schiff hier stellen Ja Und ab jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Holz Neue Befehle Was ist denn das hier? Habe ich das denn aufgehoben? Die Hafenmeisterei damit Ja 22 Da sollte auch ein bisschen das ganze Glatt bügeln Bekriegen sie sich da Das ist ein Kanonenboot Und das ist ein Schoner Sie wissen Wie man jemand Ja der stirbt gleich Neue Befehle Der ist gleich tot Den sollte ich ein bisschen im Auge behalten Na vor allem sollte ich Uns fehlen die Rohstoffe Uns fehlen die Rohstoffe Oh was Jacken gehen solo Alkohol geht solo Oh schlecht Dann muss ich mich Schnellstmöglichst um kümmern Wenn die das noch höher sitzen Nein Na Äh das war schon? Wirklich? So ich habe gesehen Dass das schon hier kribiert ist Die sammeln wir dann ein Okay Jacken Wo ist denn meine Hida? Die Stoffballen Wir brauchen hier Also somit mehr Produktionen Für das Nähen Ich setze es einfach mal hier hin Ich glaube Stein haben wir erstmal genug Ja Gut Wir können die sich hier auch ein bisschen Schneller bewegen Ja das ist schon mal besser Und eine Alkohol Eine weitere Alkoholbrennerei Okay Welche Insel kann auch nochmal Alkohol herstellen? Die hier Die kann auch Alkohol herstellen So hier ist mein Schiff Würde gerne Die Mission erledigen Eins von drei Sind ja nicht mehr viele Okay Neue Befehle Ich muss sagen Ich bin etwas in Panik Weil ich Angst habe Nicht mehr hinterher zu kommen Ich setze mal hier diese Reihe Mit hoch So Erhöht Da fehlt uns was Eine Schule haben wir auch schon Ach wieder Schon noch einer Okay Okay wie war das Ich wollte Dann kann ich ja gleich Die Hauptmission hier erledigen Das mache ich dann auch gleich Kann ich noch ein Schiff anfordern Ne mir fehlt ein bisschen Holz Na ja Holz ist ja gleich sowieso da Ähm Hier Wurden wir Ja Okay Endlich Jetzt kann ich damit anfangen Moment Haben wir denn hier alles auch Hopfen Das haben wir nicht Dafür bräuchten wir auch diese Stahlteile Na So Ja So Hinsetzen Okay Wie sieht es mit dem Hopfen aus Hopfen geht es sehr gut Sehr gesunder Hopfen ist das Holz geht ein bisschen runter Aber ist nicht schlimm Wir haben 600 plus Komm schon Sammeln wir mal die Mission teile hier ein Mal schauen ob ich hier etwas mit ihr anfangen kann Leicht eingeschränkt Wahrscheinlich Das behalten wir schön für uns Ja gut Leicht Was Allianz Wir sind fast da Nein So viel habe ich nicht Du hast das Faust dick hinter den Ohren Ja für die Allianz Wir ist ein bisschen wenig Ich glaube es wäre auch gar nicht so gut mit der Allianz Weil sie sich im Krieg befinden Somit würde ich auch in den Krieg mit dem Großen rein Dort schon Der würde mich insta killen Los Arbeite daran Wie viele Mehr Kanonen habe ich nicht mehr viele Leute Ihr müsst hier ein bisschen schneller arbeiten Denn die Eisenträger gehen runter Dann müssen wir die auch ein bisschen erhöhen So die Eisenträgerproduktion Passt das hier rein? Nein Aber die kann ich das Immer noch nicht Ja gut So wie hoch ist die Folge? Wow So dann noch eine Folge Wo? Wieso? Haben wir Endlich gibt es wieder was zu essen Haben wir keinen Fisch? Doch Stein Stein habe ich hier keinen Stein habe ich da keinen Ähm Okay Okay Dann muss ich wohl hier Nicht so schnell wie möglich um Um die Klamotten kümmern So Na komm schon Setz ich da hin Die ganzen Stücken hier auch funktionieren Okay das haben wir Und ein Lagerhaus Das muss auch hier aufgebaut werden Oder so Ja Ja Das kann auch dann darüber Okay Gut Das sollten Das sollte das Ganze ein bisschen Vielleicht Ins Lot bringen Ich hoffe das klappt auch Äh Ja Fangen können wir schon langsam mit dem Bier anfangen Ja Das Bierbrauen kann dann hier auch schon langsam losgehen Ist das hier eine Straße? Ja Getreide geht sehr hoch Das heißt hier muss ich auch nochmal Erhöhen So Hochsetzen Kann ich noch ein Schiff hier stellen Ja das ist in Produktion Okay Eine Fregatte So wird dann langsam was produziert Ja aber ganz langsam Was fehlt dir denn? Ich glaube ich habe hier auch nichts aufgestellt Ja jetzt weiß ich es Okay so Das war mein Fehler Das war mein Fehler Zeitungsartikel Auswirkung Aufstandswahrscheinlich Bei minus 5% Die sind hier zufrieden Die sind hier überhaupt nicht zufrieden Das musste ich Müsste ich mal auch hier machen Ah ne Ist hier ist er schon Gut gemacht Sind ich hier auch zufrieden? Ja sehr Fisch ist sehr hoher Level Wir haben Alkohol Wir können tausende Klamotten hier stellen Haben wir aber noch nicht Immer noch nicht gemacht Wieso eigentlich? Ah ich glaube ich weiß wieso Mhm Gut Wir schicke ich Stell ich mir auch schon mal Stein zum Einkaufen ein Okay hier und hier und auf der kleinen Insel auch So Ich sehe hier ist was Okay da sind zwei Fregatten die sich bekriegen Der Rest sind Piraten Der Rest sind Piraten Okay kriege ich das hier Wow ja So ich kann ja hier noch mehr Häuser bauen Das mache ich dann auch Was ist was? Mir geht es nicht Habe ich so wenig Holz jetzt hier? Okay ich speichere mal oder? Oh da sind zwei von der Ah ne doch nicht Ist nur ein Piratenschiff So speichern Nein nein nicht speichern verlassen Sondern normales speichern Okay Spielstand gespeichert Mhm Na gut jetzt Jetzt die Zufriedenheit müsste jetzt steigen Alles müsste besser sein Langsam Die Klamotten steigen Das ist sehr gut Feuerwehren Wir haben hier immer noch keine Feuerwehr Was Wie leichtsinnig ist denn das von mir? Keine Feuerwehr hinzustellen Nein Ja Okay Dann noch ein paar Häuser hier Ähm So Ups Okay Und dann Hier die gesamten Verbindungen Ich glaube ich habe das hier ein bisschen falsch gemacht Oder? Ja ich habe das Gefühl Ich habe das einmal in der Reihe verschoben Aber das ist ja nicht schlimm Okay gut Noch mehr Häuser Schiff vom Stapel gelaufen Ja So Okay Na kommt schon Was wollt ihr denn noch mehr? Seid sehr zufrieden Ihr habt alles Alkohol Das einzige was euch fehlt Das Alkohol Die können auch hier schon mal hochgesetzt werden Ja Oh da ist ja eine Quest sehe ich Ach das kann ich ja Die Dame ist Verlass Welch höchst erfreulich Diese Verstärkung wird ihrer Majestät gefallen So retten sie Meine Hoffnung bleibt Dass es nicht zum Krieg kommt Äh Oh Ich wollte es ihnen zuerst nicht sagen Doch nun Ich habe Gründe dafür anzunehmen Dass ihr Vater ermordet wurde Okay Und der Mörder Sein ehemaliger Zellengenosse Läuft frei herum Hier Das heißt Er verstecke sich Und bereite sich Auf seine Flucht In die neue Welt vor Mhm Jemand versorgt den Mörder Von Madame Cainas Hafen aus Dem sollten wir nachgehen Das ist sehr gut Dann könnte ich hier noch einen Die Straßen sind wieder sicher So prächtiger Alk Nehmen wir das Ding rum Einfach das Rumschiff Dann wieso Das ist kleingeschrieben Groß bitte So rum Ähm Hier ist noch eine Quest Sehe ich gerade Da unten sind keine Quests mehr für uns Die ist auch nicht wirklich Enorm gut auf uns zu sprechen 12.000 gerne Wo ist denn das hier? Arbeiter Unterhalt Fünf Sehr sehr hohen Unterhalt Haben wir von allem Wir haben aber nicht genug Leute gerade Äh Sie preisen die Aufgabe Anzuschließen Was ist denn die Aufgabe Ist denn das hier? Segen sie Was? Ah ja Ein echter Gesetzeshüter Genau Das bin ich So Dann hier runter Was ist zerstören Seine Fregatte Ach komm schon Leute Die Schiffchen sind hier Daneben Dann können wir das Ding Einfach mal in Angriff nehmen Segen sie zu Madams Äh Irgendwas Leuchtturm Und das kleine Schiffchen Ist ja hier vor Ort Ich kann ja schauen Ob ich bei denen Was interessantes kaufen kann Ich habe zwar nicht mehr viel Geld So das muss aufgebaut werden Schiff unter Beschuss Jaja das ist Lotto bereit Okay Lotto bereit zum Feuern Was ist das? Das ist mein Was ist denn das hier? Rathaus Das sind die Schaltjäger Genau ich wollte ja die Schaltjäger da abliefern Kleinen los Okay Dann kannst du das ja hier auch einsammeln Wo muss es hoch? Das muss da hoch glaube ich Genau Gut und Wir kommen dann wieder hier runter Oh das Schiff Ich bin von der Fregatte verfolgt Da kann ich auch gleich Ein bisschen was schnurren Auf die alte Dame ist Verlass Gut Und dann auch noch einer das hier Oh der hat hier aber was aufgebaut Der hat da aber was aufgebaut Die Einheimischen sagen Dass das Handelsschiff dort drüben Ja Der üble Gestank eines Mörders Lass ihn nicht entkommen Hä? Wen entkommen? Hier ist doch niemand Hier ist gar kein Hier ist gar kein Hier ist gar kein Schiff Versenken Sie das Schiff Von ihr Von ihr Also ja Gut Moment das Ach das ist schon repariert Gut du Ich wollte dass du Hier Alles rüber schaffst Und ich weiß dass hier irgendwo Eine Fracht liegen müsste Oder? Wir müssen ja schon das Schiffchen erwischt haben Oder nicht? Mann was Wieso segelt sie denn da hin? Da ist doch nichts Da unten ist doch absolut gar nichts So nochmals Die Blumentierfenster rein Luschen Was haben wir hier bei dir Unwahrscheinlich Leicht eingeschränkt 20.000 Unmöglich Unmöglich Ich gebe die Befehle Wann und wie ich will So Du regelst das Und zwar End Man tut was man kann Um zurecht zu kommen Ich brauche gerade keine Hilfe Alles perfekt Okay was haben wir Liefern 7 Tonnen Kanonen 14 Tonnen Mehl Neue Ziele Ah Hier So Was war das Ähm Genau Besucher Peer Chef unter Beschuss Neue Befehle Ah Ich hab hier doch Einer Schaden zu hink Oder Ah ne Selbstreparatur Das Ding haltet sich ja von entgegen Okay Dieses Wrack Muss einen Hinweis werfen Irgendetwas Ja Es ist Vaters Tagebuch Gut Hoch damit Äh Obwohl ich hatte noch Die Quiz Das muss Das muss erstmal hier ran Gut Das ist ein Piratenschiff Das Ding heilt sich Sehr langsam Und ich habe ja da Diesen Lieferungs Diese Lieferungsquest Mit 7 Kanonen So Sie Obwohl Machen wir mal Ähm 7 Kanonen Und Wie viel Mehl Was Ich habe kein Mehl Hier Nein Das ist ja nicht schlimm Ich wollte Das hier wegklicken Neue Ziele Und 14 Tonnen Mehl War das Dann sägen wir mal Gleich hier runter Eifel Hier kurz runter Sägen Na Wie sieht das aus Mit dem Alkohol Das steigt Langsam Aber es steigt Was fehlt In dem Der Der normale Alkohol Fet Ist ja schon das Kleine Schäfchen Das segelt Schon fröhlich Zu uns Sogegeben Sieht ganz so aus Als wären deine Leute Zum Kämpfen bereit Okay Na Ruhen sie sich aus Nur zu ihrer Information Mein jüngstes Schnittzwerk Ist ein Menschlicher Torso Aus Rosenholz Du bist eklig Ich kriege Mein Geld Gerade nicht Menschen Lassen sie Hochleben Ja Zumindest Das Naja Zumindest Das So Ich Verschöne mal Das Ding Ein bisschen So Und ich weiß Dass Das ganze Na Wo sind denn die Ne Ich glaube Das sind mal Diese Riesenteile Diese beiden Löwen Genau Genau Die beiden Löwen Wollte ich setzen Was haben wir Hier Hier So Hier Okay Jetzt können die Leute da ein bisschen Spazieren gehen Oder Was auch immer Achja Das ist ja Dieses Riesenteil Ich sehe nicht genau Ich sehe nicht genau Okay Die Waffenruhe wurde beendet Admiral Savannah Okay Oh das ist Das sind die Piraten Ah ne Doch nicht Da ist aber was los Also die Die Klatschen sich da Richtig Neue Befehle Wieso heilst du dich nicht So habe ich hier Stein hochgesetzt Ja leider verkauft mir das Gerade niemand Du müsstest hier Ein bisschen Mehl einlagern Ich glaube 14 waren das Wenn ich mich nicht Täusche Ja 14 Sieben Jedes Mal dasselbe Jedes Mal dasselbe Und dann hier hin liefern Auf Kurs halten Genau Das sind zwei Piraten Was Was zum Teufel Auf die alte Dame Ist verlassen Was zum Oh mein Gott Kleinen los Ich glaube Ich habe das Ich habe Das schlechte Gefühl Sie haben vor Auf meine Küste zu segeln Habe ich Schiffe in der Nähe Ein Schiff Erster Klasse Habe ich Schiffe Die irgendwie Nichts zu tun haben Runter mit ihr da Nein Du kommst Kommst weg Weg da Ich muss ja ein bisschen Weglocken Oh alter Komm Sonst stirbst du Okay Die haben die Verfolgung Aufgenommen Ja nee Das Schiff ist weg Ein Schuss Ja Oh Und raus Ja Jetzt So Schnee geht das Berufsrisiko Okay Hä Das ist ein Punkt Ach das ist die Insel Okay Neue Ziele Lass gut sein Wir sind schon tot 60.000 bezahlen Nein Überflüssig wie Skorboot Nein Das ist Das macht mich froh Okay Mehr Quests habe ich gerade nicht mehr Ein Schiff Erster Klasse Wow Einfach nur Wow Wie krass Wie krass Das ist Das ist Die haben mich richtig zerstört Ja Das ist problematisch Habe ich hier Stein Gar kein Stein Denn der Handelspartner Kommt da glaube ich gar nicht hin So Und ich hätte mich gar nicht in der sicheren Bucht retten können Weil ich da keine Kanonen habe Oder sonstiges Zum Glück kommen Piraten da nicht hoch Hier nicht hoch zu mir Da hatte ich auch noch starke Probleme damit 5 Kanonen nur Ich brauche mehr Kanonen Kann ich das hier bei euch irgendwie hochpushen Ich brauche mir nur noch Däumchen Äh Ja Positivität ändern Ich muss jetzt aufpassen Okay Jacken gehen ein bisschen hoch Alkohol ist auf einem guten Stand Ja das habe ich Das habe ich wieder in den Griff bekommen Ich sehe hier sehr viel Getreide Anscheinend ist das Land super fruchtbar Was das ganze Getreide angeht Aber wenig Kohle Ähm Ne Kohle lasse ich erstmal so Das muss Das muss halt ein bisschen aushalten Und die Kanonen Kanonen Stelle 3 Ja also Feuerausbruch sehr hoch Könnt ihr jede Zeit alles in die Luft fliegen Mhm So die wollte ich noch ein bisschen freilassen da Oder Dann kann ich eigentlich schon Hier anfangen Ein paar Häuser zu setzen Mhm So Nein 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 Das ist Das bedeutet uns viel Okay Gut Hier noch mehr Denn die müssen da hin Wieso sind hier gar keine Häuser Okay ich habe kein Holz Die kommen hier nicht voran Weil die Straßen zu langsam sind Ich kriege die hier nicht Ich bin erfüllt von Dankbarkeit Ich kriege die da nicht Ach ich brauche mehr von Leuten Was Aber ich habe nur so wenige Okay jetzt sehe ich gerade mein kleines Problem hier Bitte 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 Das hier einsammeln Und hier unten ist auch noch was Also schnell Das Schiff ist da ziemlich zu Tore gekommen Rum Das ist rum Das ist die Meerjungfrau Was ist denn das hier Ratshaus Inspektoren Unterhaltskosten Minus 100% Ben plus Polizeirevier Polizeirevier Kosten somit Also gar nichts mehr Okay Ok Ok So Es ist okay Wenn du das Land einnehmen möchtest Oh Ich muss sagen Ich bin Sehr Sehr Verwirrt Was muss ich noch alles machen Ich muss vor allem Ups Die Rinderfarmen Aber dann Oh ich habe 1400 Ich kann ja Kann ich hier Nein Ja aber das Fleisch kann ich ja schon mal Könnt ihr hier schon mal anbringen Da fehlt mir ein bisschen Holz So Die Rinderfarmen Ich glaube die haben so viel Platz genommen Oder Genau Ja Das müssen ja auch Ne das klappt nicht Aber so geht das Gut Und da pflanze ich dann einfach Ich hoffe Du vergisst nie Wer dein Wohltäter war Ein Geschick von 3000 Münzen Ja das ist doch schön 3000 Münzen Ulmen Zitterpalmen Alte Tränke Blumenbeet Pappelallee Pappeln Oder Laubbaum So Da ein paar Bäumchen hin platzieren So Hier Ich brauche hier dringend Wieso verkaufen wir niemand Stein hier in die Ecke So Ab ins Fenster Okay 81 sind wir Leicht erhöht Ich möchte aber keine Allianz Leicht eingeschränkt Mit dem 7 Oh das ist Unwahrscheinlich Unmöglich Unmöglich Leicht eingeschränkt Reine Willkür Wer auch immer gesagt hat Ich benötige ihre Hilfe Hat geflunkert Hat geflunkert Niemand sagt dass er geflunkert Hat Hier Diese Stadt Ich muss mich um diese Stadt gut kümmern Denn sie versorgt mich mit Wein Okay Das haben wir dann schon mal Nein Bäh So Ja Okay Dann haben wir das schon mal Die ganzen Gebäude sind jetzt auch höher gesetzt Hier könnte ich dann die Die ganzen Leute auch mal entwickeln Schiff vom Stapel gelaufen Hier fehlt uns Seife Habe ich Schweinchen schon? Also dann können wir hier Töse Wie schnell fasziniert das Volk Ich brauche eine kleine Einnahme 10% Sie lieben so was Es trägt ihre Handschrift Äh Hä? Hä? Das war ziemlich klein Aus dem Nichts Ach Minus 4 Das ist Das kriege ich instant Geholt Das Puzzle setzt sich zusammen Okay Kann ich das hochsetzen? Ne Da fehlt mir Holz Aber das ist schon mal gut Danke Wie sieht es mit dem Bier aus? Einfluss Schifftsteller Mit dem Bier sieht es ganz okay aus Das könnte aber ruhig mehr sein Das hier ist sehr hoch Und das da ist auch super hoch Dann müssen wir hier Noch mehr Bierproduktionen herstellen Plötzlich das Igetu Wo das noch nicht so richtig hat Obwohl es jetzt überall ziemlich Ziemlich stark beansprucht Hm Ja es muss dachen Ähm Wie ist das hier mit der Brandgefahr? Gering Geringe Brandgefahr Da stehen meine beiden Schiffchen Hier geht es den Leuten hoffentlich gut Ja Die zahlen auch viel mehr Also nehme ich auch viel viel mehr Kohle ein Jacken werden gut produziert Alkohol kann hier nicht produziert werden Aber dafür hier Dafür sind hier Jacken auf einem niedrigen Level Ähm So Nein So Stein habe ich immer noch keinen Wieso? Ich habe doch gesagt Dass ich Stein hier kaufen möchte Hm Ups Ne Äh Ja Okay So lang ziehen Oder Was will ich denn überhaupt anbauen? Ich wollte ja hier die Kartoffelfarm Wollte ich dahin platzieren Das ging ja Okay So Eine Kartoffelfarm Und dann Hier am Ende noch eine Kartoffelfarm Was müsste dann alles Nein Nein, nein, nein Da ganz hinten in der Ecke Okay Und dann gleich machen wir auch hier Die Alkoholhütte Hm Werden das untere Gebiet Oh, ich habe eine Quest mit ihr Erforsche Ja Volldampf voraus So Drei Schiffbrüche Gerätten Das hier genau vor der Vor der Tür bei mir Kleinen los Dann kann die das machen Die Piraten halten sich gerade ein kleines bisschen zurück Und ich Halte die Aufnahme jetzt an Das sind jetzt schon 47 Minuten Also 48 fast Danke, dass ihr dabei wart Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal nicht total Zerbombt werden Und nicht drauf gehen Und es kann einen Krieg erklärt Ich habe sehr Angst davor Also da habe ich wirklich Respekt Dankeschön Und bis zum nächsten Mal Ciao